Jo, was geht? Guten Morgen. Ich wollte mich nochmal für die ganzen lieben Nachrichten bedanken, die ich gestern bekommen habe. Es waren sehr, sehr viele Nachrichten von Leuten, die ähnliche oder gleiche Probleme haben mit ihren Zehen, die mir geschrieben haben. Fühle ich, ich lache auch immer nur mit Hand vorm Mund in der Öffentlichkeit. Natürlich kann ich jetzt nicht jedem von euch die Behandlung bezahlen beim Zahnarzt. Aber ich wünsche euch natürlich nur das Beste und dass ihr auch irgendwann eventuell die Möglichkeit habt, auch eure Zähne so machen zu lassen, wie ihr wollt. Eins ist aber nochmal ganz wichtig, was ich finde, und zwar das jetzt Real Rap hier aus der Zentrale direkt. Egal ob du krumme, schiefe, gerade, gelbe, grüne Zähne hast, ist alles scheißegal. Wenn du menschlich korrekt bist, spielen deine Zähne keine Rolle. Merkt euch das. Wer euch deswegen verurteilt, ist ein Schwanz. Vermutlich bin ich der Einzige, aber manchmal, wenn ich spazieren gehe und noch Kleingeld in der Tasche habe, dann nehme ich das Kleingeld und schmeiße es in den See. So, ziehe es Händstücke. Nicht, ja, moin, die Enten denken, es gibt was zu essen. Oder pissig. Und nicht, weil ich ein Großkotz bin, sondern weil ich mir immer vorstelle, wie in 200, 300 Jahren irgendwelche Leute das finden, Münzsammler oder keine Ahnung was, und sich dann denken, ah, ja, könnt ihr euch noch daran erinnern, damals der Euro. Ich weiß nicht. So, erstmal nochmal. Zack. Nee, ey, Jungs, da ist nichts zu essen. Tut mir leid, Mann. Nein. Oh, Bruder, jetzt habe ich schlechtes Gewissen, Mann. Oh, nein. Jetzt wird es hart auf hart so ein Ding. Ich fahre zum Bäcker und hole Brötchen. Nee, ne. Keilo, komm, wir müssen nochmal kurz los. Okay. Das war eine Zeit lang bei uns. Dieser Mann hat schon drei, vier Dinger weggehauen. Und guck mal, jetzt sind nochmal zwei nachgekommen. Oh, nein. Oh, nein. Dinger, wie viele hast du insgesamt? Das passiert, Freunde, wenn Abud den DJ macht. Geil, Dinger. Feier mich nur selber. Speed on the street. Das ist ein Klassiker wie Oster. Das ist ein Klassiker wie Oster.